Tangefrühtanz 2024, Alter, wie geil war das denn? Falsche Musik! Tangefrühtanz! Du bist zum ersten Mal dabei? Ja! Wie findest du es? Super! Alle herkommt! Was gefällt dir am meisten? Die Leute, super Stimmung und Musik ist auch entkommen. Heute endlich wieder Tange! Tange! Hallo Leute, Freunde, ich bin der Tische Quidi. Ich wünsche euch alles Gute und es war eine Freude, eine geilen Nachmittag. Und schön, dass ihr noch dabei seid und denkt gerade, ich bin 47 Jahre hier und seit 47 Jahren läuft die Scheiße, aber sowas von geil. Wir sehen uns! Ouhh! Zum ersten Mal, dass wir ganz... Wuhuuu! 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 Die ersten Party, people. Wie gehts euch? Jaaaaaa! Wie oft wars schon beim Thange Frühtanz? Doch! Erstes Mal! Ah, ok. Sehr gut! Als erste Mal ist er immer in der Gefahr, dass es immer recht schnell vorbeigeht. Ne, ne, ne. Fangen langsam mal mit Bier. Bum, 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 gelb und kum